Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowney und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ja, was haben wir hier wieder? Ja, Strand der Urhalden. Ne, ne, das wäre was. Ne, wir haben jetzt hier mal wieder das Auge des Sturms. Das einzigste BG, wo ich eine negative Bilanz habe. Ja, tragisch, tragisch, aber wahr. Hat schon was verändert? Ja, ich habe wieder mal wieder gemockt. Zufällig wieder das T17. Ach, ich weiß, ich komme da irgendwie nicht drumherum. Ist halt irgendwie cool. Ach, Entschuldigung, das ist ja so spät. Irgendwie komme ich diese Drohung, auch wenn mir der Helm nicht so ganz gefällt und die Schultern ein Ticken zu protzig sind. Beziehungsweise die Kristalle hier. Die Schultern sind extrem cool, aber es fehlt am Rest irgendwie. Wir haben zwar hier, wo haben wir Kristalle? Also sind übrigens nicht die richtigen Schuhe dazu, also nicht wundern. Wir haben da so ein Pseudo-Aufkleber-Kristall auf der Brust. Ja, hier haben wir ein Kristall, der schimmert aber nicht. Ja, und an den Schultern haben wir da... Ja, Disco. Na, Disco nicht. Leuchtet halt, ne? Wie schade. Hätten wir einen Tick besser gestaltet. Na ja, und was soll's? So, guck mal, Marka, die Buffs haben wir soweit. Ansonsten von den Talenten... ...habe sich nichts geändert. Ne, da ist man vielleicht schon jetzt mal alles gleich gerieben. Ich bin ja immer noch so im Überlegen, ob ich vielleicht... Äh, wo ist er hier mitarbeiten soll? Die 10 Meter sind schon mit. Auf der anderen Seite hier mit kannst du wieder kiten, beziehungsweise du kannst auch mal ohne... Ähm... Wie heißt's? Äh... Ohne ständig auf Siegel-Gerechtigkeitswechsel am Gegner dranbleiben. Weil man halt schneller läuft, spätestens wenn man den Buff einmal aufrecht halt hält und alle, was hab ich, alle 4,2 Sekunden oder so... ...hat, glaub ich, oder alle 4 Sekunden bin ich ja dann eh, äh, mit einem Slow am Gegner. Von daher... Da ist schon gleich der Erste, da kommen ein paar, da kommen nicht viele, den können wir... Nö, mein Freund, ja... Die können wir wegdrücken. Versuchen wir's zumindest mal. Nein, so mischt. Zack, da fällt er um. Wollt der Nächste gleich sterben? Ach, Krieger. Ach gut, die 40 Meter brauchen wir den Krieger jetzt nicht unbedingt. Ich bräuchte wieder Haste. Du bist der Mage, du bist der Mage, und dann kann ich mich helfen, wenn er abhaut. Ach, scheiße. Wo, fühl mich noch. Wenn nichts, oh, ein Hunter! Komm her! Hehehehe. Ho, 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 ho! Das wird mir zu gefährlich. Der blöde Hund. Stunten wir doch mal. Du bleibst hier. Gott sagen, jetzt ist er down. Oh Gott, wie ich das hasse. Durchspamen. Danke. Durchspamen von, äh, wie heißt's? Freispruch. Nö, du kriegst einen Stunrich-Spruch. Ich lauf da nicht durch, mein Freund. Dreckst du auch. Nein, was machst du denn? Was ist denn das für ein Trottel? Na gut, solange der Hunter da oben nichts macht hat. Was hab ich da nur getan? Kann man den nochmal angreifen? Jo, irgendwann mal. Das ist der Hunter. Das ist der, oder? Ne, da oben ist noch einer. Verrück einfach. Nein, Eule, du zimmerst mich nicht weg. Ich hab' entschieden, was dagegen. Aber gegen so viele hab' ich kein Problem. Boah, scheiße, ich hab' mir hier respawnen. F-U-K. Was willst du mit der Trap? Fuck. Das hab' ich gleich schon aufgepasst. Ah, okay, gut. Den krallen wir uns mal. Wo ist er denn? Wann das jetzt? Schorl? Oh, der da? Oh. Dich hab' ich jetzt lieb, mein Freund. Nichts gerissen, aber hier die große Lippe machen. Oh ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Boah, natürlich, ja, mit allem hinten dran. Das ist doch jetzt wieder Quatsch. Das... Ah, natürlich. Oh, zu blöd. Ah ja. Es ist... Ich hasse die eben auch so einfach. Sinnlose Provokation. Ja, es gehören zwei dazu, aber es muss doch einfach nicht sein. Sehr lassenlös. Demlicher Priester. Hier geblieben. Oh, scheiß Mage. Nicht mal treffen kannst du. Ach, schlapp. Schön. Schauen musst du trotzdem keinen. Kein Block mehr? Oh, tut mir aber leid. Oh, mein Lieblings-Dicker. Ah, der mag mich auch. Ah, wird ja geil, die Drecksau. Ach, vergiss es einfach. Mit Heilung packe ich das auch. Lächerlich. Ach, jetzt kann man die da nicht mehr angreifen. Ah, ich pass auch grad nicht wirklich auf. Moment, ärgere ich mich das viel zu sehr. Das ist scheiß Heiler, Alter. Haben wir überhaupt Heiler? Sollte ein Heiler sein. Ach, zumindest den Eindruck. Merke ich aber nichts von. Hm. Brauche ich mich nicht zu wundern. Tja, das haben wir, das haben wir. Die Mitte haben wir nicht. Wer hat die Flagge? Wir haben die Flagge. Sehr schön. Und wo ist das Vieh jetzt? Scheint keiner zu sein. Ja, super. Jetzt kommt der Militrain, äh, der Train rüber. Juhu. Ja gut, drei Heiler. Kannst nichts machen. Kannst ja noch ins Fokus nehmen. Bringt auch nix. Ach, ich will, komm. Zieh deine CDs. Oh, ich hab doch der Klo da. Oh, Spacko, was soll der Scheiß? Ach, ey. So Leute, das muss doch ein Bot sein. Wer stunnt mich denn, wenn er fast tot ist? Nach dem Motto, ja, ich überleb's doch noch. Gott, ey. Das ist so sinnlos gewesen. Ich war gut, ich war dumm. Muss ich dazu sagen. Ich war ja bescheuert. Kriegen wir einen down? Natürlich nicht. Das kann... Hat die Terrells an und ich seh's nicht, oder was? Was? Da ist der Mock. Fickt euch. Ih. Ja, da ist die Schurke. Das ist der Schurke. Geil. He he he. Geil. Wir haben einen Schurken, die wir umgehalten. Nein. Wie ist das? Das ist der Schurke. Nein, der Mock ist wieder da. Das ist doch die Fresse, hä? Komm her. Dann töten wir erstmal den da noch. Na, na, mein Freund. Ja, jetzt hast du verloren. Ja, hast du jetzt verloren. So, wir müssen heilen. Das Mut, das Mut, ne? Nee, nee, ich melde den Typ gleich. Wer war das jetzt? Scheiße, das hast du geguckt, wenn ich getötet hab. Der Typ melde... Welcher Schurke reitet in Execute-Range überhaupt hier rum? Macht doch keiner. Kein Schurke, reitet doch hier durch die Gegend. Großartig. Arschloch. Ja, warum... Ey. Fick dich, ey. Was soll der Quatsch denn? Greif denn nur mich an? Ist ja gut, Leute, ist ja gut. Danke für die Heilung, warum er das gerade war. Das muss doch ein Potsdam, der Typ. Jetzt machen wir dich mal weg. Ist ja den Line. Ja, Leute, wo seid ihr? Ich krieg das nicht alleine down. Ja, schön. Jetzt hat mich der... Ey, Leute, es gibt's doch einfach nicht. Jetzt hat mich der Monk gekillt. Ah, ne, und schlank. Ich hab... Klang... Klang geflohen. Hab mich die Löne... Ach ja. Aber heute ist, äh, ich bin sehr gut gelaunt, also ich wohne da. Wobei, eigentlich bin ich ja nicht schlecht gelaunt. Was jammert denn da wiederum? Ein anderer Schurke. Na komm, jetzt sind wir mir nicht mehr weg. Oh, dann nehme ich nicht mehr. Gut. Oh, 13 Minuten war doch ganz lange. Wie sieht sie aus? Joa. Kann man sich nicht beklagen. Ah, hier hätte vielleicht ein bisschen höher sein können. Egal. Ach nee, das hat mich jetzt... Imi hat mich das doch geärgert, das Ganze mit dem scheiß Decay da. Der... Die Drex-Hunter... Och, Alter. Und dann der Mädchen, du weißt ja, wird gegrippt und... Na gut, vielleicht war es ja auch ein Versehen, dass er... Vielleicht wollte er mich ja nicht in Deep Freeze packen, aber... Och, ja, dann die Tatsache. Warum packt er mich in Deep Freeze? Ich bin ja... Ich meine, ja, ich sehe jetzt nicht vielleicht, äh, so zierlich aus, aber naja, so extrem gefährlich. Vielleicht war ich einfach ein leichtes Team. Keine Ahnung. Da kam auch noch ein bisschen was rum. 32... 31.000 Richturteile, ah, nicht schlecht. Das war schon kritisch, schade. Das wäre schon lustig. Na ja, gut. Wenn was sein sollte, dann ab damit, wie gesagt, in die Kommentare oder auf Twitter. Ich sage, wie immer, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ich sage, wie immer, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Mal.